Umfrage und das ist die Liste, die ich jetzt abfragen. Great Canyon und Great Barrier für mich dabei. Wie heißt das? Wie heißt die das? 360 Waterfall. Hallo, hallo, was habt ihr gesagt? Check dir, was ihr meint, was ich meine. Wie heißt das? Simon, weißt du, was ich meine? Die Sache ist, das auf jeden Fall. Simon, du weißt, was ich meine. Wie heißt das? Die Diagara-Fälle. Ja, ja, genau, das 360 Waterfall. Du hast gegoogelt und gesagt, du wusstest es nicht. Du hast gegoogelt und gesagt, du wusstest es nicht. Ey, warst natürlich gewusst. Das heißt, du wusstest es nicht. Mir geht es gerade nicht so gut. 34, 43. Boah, das ist bodenlos. Du warst immer so gut da drin, ne? Halt deine Fresse, du Blödmann. Ich bin immer auch gut da drin. Ich bin immer auch gut da drin. Aber ich fand gut, dass du von den drei Gehtanfurt Backstein entschieden hast. Witzig. Ihr Reviews sind runtergegangen, weil die Leute das schlechter fanden. Das war ein Quatsch. Aber selbst wenn... Sag uns doch einfach Bescheid, dann ist es wenigstens... Dann ist es wenigstens... Dann ist es wenigstens Plazenta. Äh, Plazenta. ... ... ... ... ... ... ... ... Also egal was den Nibbel du hast, das Tuning wird eh automatisch gemacht, ob du das Auto gepackt. Okay. Ich freu mich auf deine Maus richtig in die Fresse... ... Ich freu mich in die Fresse und boxte... ... ... ... ... ... ... ... ... auch von mir relativ diskant reingestochen. Also von Windschatten merkt man aber wenig, muss ich sagen. Ja, Windschatten ist auch nicht so krank viel. Den müssten sie aber theoretisch auch wieder überarbeitet haben. Oh nein! Was ist los? Was passiert? Nein, du hast mich nicht... Ich bin mein Hinterreifen auf den Körb gekommen und dann bin ich prochecken. Oh, die Sonne geht aus. Oh nein, die eine Brücke sieht aus wie ein Penis. Same. Hallo. Hallo, Simon. Hallo. Ich hab gehört, dass eine gejoint war, aber ich dachte, das sag ich jetzt noch. Ich bin abgehoben. Jo, ich seh's auch. Richtig. Auch gezeigt an dich, Mayos. Gute Strategie, aber... Danke. Ich hab's nicht gefahren. So hab ich das jetzt nicht gesagt? Mann. Auch ganz schön schnell, ne? Die LMP2s. Ja, natürlich, aber... 275 oder so geschaffen. 275, ob der geraden hat. Das glaube ich nicht. Da fehlt er wirklich! What the fuck? Ist das der Porsche? Neben BMW! What the hell? Der M8 war wahrscheinlich. Wollen wir mal mit den GT3 Fahrzeugen fahren? Ich bin komplett offen und mach das, was du möchtest. Geil. Ja, komplett offen. Weiß ich Bescheid. Ihr seid drei weit. Ja, ne, ne. Jo, wofür? Ja, okay, aber er hat mir auch... Ja, Porsche. Sorry! Oh Mann, Peter! Lass mich ko- Lass mich ko- Lass mich ko- Fick, Peter. Alter! Es war wieder die gleiche Stelle! Ey, das ist nicht dein Ernst, Peter. Geft mal. Geft, du. Also das war jetzt komplett mein Fehler. War kein anderer auch dazwischen. Ach, wirklich, Peter? War deiner. War meiner, ja. Jawoll! 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 Hast sie gebammt? Ja, den einen hat ich gerammt. Wir sehen. Da. Jawoll. Genau so läuft das Spiel. Jawoll! Junge, das ist what a safe, Junge. Das ist absoluter what a safe, Junge. Vor allem vor dem Typ. Der Typ bleibt da einfach stehen. Und der... Hahaha! Geil, doch mal! Das war... Yes! Das war... Das war geil! Junge, das war crazy, Alter. Das war wirklich geisteskrank. Boah, der Typ, Alter. Boah, Junge! Get down, Mr. President! Ui... Idiot Stark! Nein, 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 nein. Ach, ich kann ihm das Geschenk geben. Hier, I don't really like this. Wie? Ich glaube, ja, du musst mit ihm reden. Der Wichser hat meine... Schundereffnung! Oh, Carven live. Okay. Weiß nicht, ob das was für dich ist. Weiß nicht, ob das was das bringt. Ich glaube, damit kannst du ganz schnell klicken. Oh, yo. Kann man ja. Tic, tic, tic. Tic, 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 tic! Tic... Abgestorben, Junge. Ah, ich bin hier schon was geschwitzes. Ich darf nicht schützen. Nee, ich lass mal an. Alter... Ist das geil. Das ist geil, das ist geil! Das ist übergeil! Ich darf, du kannst ihn nicht abbauen, Morris. Ach, so, ich darf nicht. Was ist das denn? Match gefunden. Null gegen Null. Okay, Null gegen Null, Peter. Ich glaube, ich spiele gegeneinander, wie es aussieht. Ich wollte nicht, dass du das Dings geht. Hier wäre es... ...als Filmung jetzt nur noch kommen, ja. Die letzte Folge, die war halt... Da hat man wieder gesehen, da ging das komplette Budget einfach rein, ne? Das stimmt, ja. Was ich ein bisschen komisch fand, ne? Warum sind eigentlich alle Leute... Ich... 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 Achso, will er noch gucken, oder was? Ich glaube, er will noch gucken. Okay, aber was ich ein bisschen komisch fand, dass die... Das gibt die, ähm...